Kur, Hauptort des Kantons Graubünden und die älteste Stadt der Schweiz. Mit ihrer malerischen Altstadt und der Lage inmitten der Bündner Berge ist die Stadt am Rhein bereits eine Reise wert. Um aber auch einen bequemen Zugang zu eben diesen Bergen zu ermöglichen, entschied man sich Mitte der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts dazu, eine Seilbahn zur Erschliessung der Bergwelt zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt waren in den umliegenden Bergtälern bereits zahlreiche seilgezogene Aufstiegshilfen für Wanderer und Skifahrer entstanden. Auch die Stadt Kur wollte mit dem Bau eines eigenen Skigebiets daher nicht länger warten. So begann man mit dem Bau zweier Luftseilbahnen vom südlichen Stadtrand hinauf auf das Canceli und weiter zur Hochebene Brambrüesch. Während auf der zweiten Teilstrecke eine Umlaufbahn der Firma Giovanola erstellt wurde, setzte man auf der deutlich exponierteren ersten Sektion auf eine Pendelbahn der Firma Von Roll. Im Gegensatz zu der zweiten Sektion sollte die erste als reiner Zubringer ohne offizielle Skiabfahrten dienen. Mit einer Talstationshöhe von 600 Metern über dem Meer wäre eine Abfahrt ohnehin trotz der Nordhanglage nur an wenigen Tagen im Jahr möglich gewesen. Die Anlage wies nach einem längeren Spannfeld kurz vor der Bergstation zwei Fachwerkstützen auf und konnte mit ihren beiden von der Schweizerischen Industriegesellschaft gefertigten Kabinen stündlich 300 Personen auf das Canceli befördern. 23 Personen fanden in einer Kabine Platz. Eine schlechte Finanzlage sorgte dafür, dass die beiden Luftseilbahnen Anfang der 90er Jahre stillgelegt wurden. Das restliche Skigebiet, mittlerweile bestehend aus zwei Schleppliften und einer Sesselbahn blieb dagegen in Betrieb. Erst 1998 erfolgte die Wiedereröffnung mit einer neu erstellten zweiten Sektion. Die erste Sektion blieb noch weitere acht Jahre in Betrieb, ehe sie 2006 durch eine neue Luftseilbahn der Firma Bartholle ersetzt wurde. Die Anlage war nicht nur eine der ersten der Schweiz, die mangels Fangbremse ohne Kabinenführer verkehren darf, sondern auch die erste solche Luftseilbahn des Flumser Seilbahnherstellers. Mit ihren beiden 45-plätzigen Kabinen von Gangloff besitzt die Bahn eine doppelt so hohe Förderleistung wie ihr Vorgänger. Nur noch 2,5 Minuten nimmt eine Fahrt bei 10 m pro Sekunde in Anspruch und auch die Stützenzahl wurde auf eine einzige Fachwerkkonstruktion reduziert. Der Ausblick auf Kur und das Rheintal ist während der Fahrt über steile 600 Höhenmeter auf gerade einmal 1,1 Kilometern Länge aber immer noch so imposant wie zur Zeit der ersten Bahn von 1957.